so ne ne ich habe schon alles aktiviert okay ich habe den Override betätigt wir haben Systemzugriff und umgehen die Sicherheitswahrs nach Bereithalten okay überleben aha jetzt geht es aber los hier na Gästschütze hier pam oh der hat mich schön weggenatzt oh 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 der zack jetzt schwitze ey von denen kann ich auch nicht mehr also die kann ich auch nicht mehr sehen wenn ich ehrlich bin ach du scheiß keine Muni willst mich verarschen pam Gav Pyro die geben mir auch auf den Sack geh nicht auf Garris Garris muss am Leben bleiben Gav Gay Schütze hier wieder mein Gott also ich bin nicht schwulenfeindlich oder so boah was ist denn für eine Pistole hier schon wieder also die muss ich irgendwie mal ersetzen aber ich kriege ja keine neue von der Art glaube ich zumindest ich muss mal gucken weil die gefällt mir echt nicht also vielleicht muss ich mich auch nur dran gewöhnen aber naja da gibt es bessere ne ach du scheiße pam pam scheiße nein pam haha der war schön oh kommen ja noch mehr aha zack scheiße hab ich nicht getroffen pam oh die Shotgun die ist echt richtig geil wir haben die Sicherheitsmaßnahmen umgaben aber die Schilddeaktivierung erfordert eine manuelle Eingabe wir haben eine Konsole in der Nähe ihrer Position aktiviert Shepard Commander sie haben die Schildtüren erfolgreich geöffnet gut wir sind in einer Minute zurück negativ der Weg hinter ihnen wurde abgeriegelt ein Fahrstuhl in der Nähe kann sie zur oberen Ebene bringen von dort sollten sie annehmbaren Sichtkontakt zur Zielerfassung haben Fahrstuhl ach du scheiße was ist das denn hier Geth Commander oh Kommandant was auch immer boah das hat mir jetzt noch gefehlt zwei Stück sogar oder nur eine ne keine Ahnung alter boah ich brauch da echt mal eine Schottie oder den Kollegen hier boah ich muss da weg ich muss da weg ich muss da weg ich muss da weg Gareth verschwinde zack scheiße stö alter Schwede okay ich hab noch hier den hier zack oh ja das hilft das hat gut geholfen das soll ich öfter machen hier komm 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 scheiße oh 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 ein Verschwede jawohl haha was ist hier noch Kampfdrohne das hier ö ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße jetzt geht sie auch noch weiter heilige scheiße pam da war noch einer nee doch nicht ich muss hier mal Liara heilen sonst geht das hier nicht weiter nee Tali sorry was lass mich doch mal in Ruhe ey boah komm 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 zack pam und noch einer zack tot wir haben gegen den Navipunkt mit der neuen Zielposition geschickt los gehen wir zum Fahrstuhl die Patrouillenflotte hat die Flanke der Gäste durchbrochen Erlaubnis zur Verfolgung zu riskant ran die Zivilflotte braucht Unterstützung ach du scheiße was ist das denn hier Geff irgendwas boah boah was ist das denn für eine kranke Scheiße ach du scheiße mein 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 Leben ist ja auch gerade richtig im Arsch boah geht das Teil alter boah das Ding ist richtig nice ja gut das brauche ich jetzt auch weil hier wieder tausend von diesen Teilen sind alter Schwede geh down yes einschul was was willst du denn ach du scheiße komm 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 boah mir ist das überhaupt nicht geheuer wenn der da so nah dran ist komm geht mal da lang und versteckt euch nicht im Fahrstuhl alter Schwede komm ich hab da auch noch Granätchen zack und gleich noch eine dahinter her oh die die klebt an ihm fest oder zack und gleich noch eine hinter her und noch hier biotik zack tja das war wohl souverän gewonnen hier so kante wir können keine Gäste mehr in ihrer unmittelbaren Umgebung rauchen Verstärkung kommt erst in einigen Minuten empfangen sie etwas von der Basis nein die alten Maschinen haben uns nicht als Bedrohung registriert wir raten zur Eile die Schöpferflotte wird überrannt wenn sie die Gästeverbindung zu den alten Maschinen nicht bald kappen diese Schlacht dauert nun schon Jahrhunderte dass ich jetzt ihr Ende sehe wir werden es schaffen natürlich werden wir das macht euch da keine Gedanken so was machen wir denn hier jetzt ich empfehle Rückzug in sichere Entfernung was? hier oder was? aha okay ich scanne jetzt hier irgendwas ach du scheiße das hat geschmerzt was ist denn hier los verstanden alle zum Schiff Bewegung Luftkissen Luftkissen ver- oh das ist denn für eine epische Musik im Hintergrund hammergeil wo kommst du denn her boah oh alter was geht jetzt ab hier leck mich am Arsch ey das ist ein Reaper das ist ein Reaper das ist ja sowas von Reaper Reaper anvisieren wo ist er denn ja ähm wie kann ich den jetzt hier töten boah ist das krass ist das eine krasse Mission alter ja ähm boah alter Schwede ist das ein Oschi aber Pam der ist tot ne ha 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 die Feuerkammer ist ein Schwachpunkt während er die Geschütze scharf macht verdammt wegen der Störtürme müssen wir manuell zielen Präzisionsschüsse nicht möglich jetzt könnten wir vielleicht entkommen nein anhalten wenn wir fliehen bleiben die Gäste unter Reaper Kontrolle und die Quarianer sind tot es endet jetzt Edi verbinden sie die Quarianer mit dem Waffensystem der Normandy Zielerfassungslaser mit der ganzen Flotte synchronisieren verstanden in Deckung bleiben ich erledige das Ding der Commander erledigt das der Commander erledigt das markiere Schwachbund Link mit der Normandy aufbauen und bereit Zeit zu feuern heilige Scheiße mit dem Waffensystem